so so liebe Gamer-Community ihr seht jetzt den D'Force Clan auf WV2 Bailout Dennis, wir sind Schwätznaß oder Rangers? Schwätznaß, oder? spielt OG D'Force Ja, Volki Ja, okay Oh, 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 da hab ich ja schon an hier ohne mich gegen Uifator und Corpso Dennis, ist ja voll am Moderieren hier Ich war auch grad geschockt ich hatte grad gedacht, wie langsam ist dieses Spiel, ja? Im Vergleich zu Dirt Showdown Hier seht ihr nochmal die Wiederholung da seh ich ihn und da da fällt er da war ich geschockt, da hab ich ja auch erst ein Volki gesehen auf der linken Seite da irgendwo rumlaufen Das war die Hasen-Taktik, wie gesagt Der eine zeigt sich ganz offen auf dem Feld ganz bewusst, um dich abzulenken Genau Genau Verstehen? Na ja, er ist oben auf diesem Mittelgang zwischen A und B Ja, er hat mich gesehen Ich glaub jedes Mal, wenn ihr Positionen durchgebt Au, 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 au Wo war der denn? Nein, ich hab oben gesagt Jawoll Vollkammer Jawoll Und jetzt seht ihr nochmal die Wiederholung Irgendwie Hier falle ich Hier, da falle ich jetzt Aber was ein Aiming Das war ein super Aiming vom Korps Ja, ja, natürlich, klar Okay, gut, jetzt aber richtig Ja, ja, try it Okay, okay I try it Man sieht eine Sensation liegt bis in der Luft Liebe Fan-Gemeinde Ja, aber wir lagen schon Oh, das erschreckt mich nicht so Alter Ähm Ja, aber es war schon oft so Dass wir mal leicht geführt haben Und dass der Uli dann irgendwie Noch heftiger zurückkam Ehrlich? Ich bin da ein bisschen freutig geworden Ja, ich hätte dich beschreien, aber ja Bei B wurde was gelegt Aua Er läuft hier hoch Oh, jetzt wäre ich fast tot gewesen Ah, er ist hier oben Ah, er hat mich Gib ihm, gib ihm, gib ihm Er ist oben Nee, er hat mich schon Ah, da wollte er defusen Ah, ich dachte, du hältst ihn ein bisschen länger hin Naja, das war nicht so wirklich Hat er versucht Habe ich ihn zumindest geblendet, Olli? Ja, ja, ja Ich dachte auch, ich wäre jetzt tot Aber es ist nicht passiert Ah, ich war ein bisschen ängstlich Vertrau meinen Blindkanaten noch nicht ganz so Das Ziel verteidigen Hey Dennis, komm, jetzt rocken wir das Ja Nee, macht mal nicht, bitte Ach doch, doch Ich bin alleine, ne, das wisst ihr Es ist jetzt nicht so fair, wenn ihr mich jetzt hier Oh ja Also machen wir das denn? Das ist noch gar nicht so richtig, glaube ich Denke auch, ne, ich glaube, er Ich weiß es wirklich nicht Was macht ihr? Er denkt, wir werden wirklich Schisser und sie ist nicht noch hinten in der Base, da Also dort hinten in der Base meint Ja, ihr wisst schon, dass ich alleine spiele Da werde ich jetzt nicht so offensiv spielen, ne? Ja auch nicht Das ist eine Anspannung Seid ihr noch im Spiel oder bin ich alleine? Kannst du denken, du willst Ach so Jetzt bist du noch da Er müsste noch da sein eigentlich Die Zeit wird knapp Oh, mich hat's erwischt Halleluja Sehr stark, haupt so Ja, er wartet Ganz, ganz sicher nicht, würde ich sagen Ach nein, er ist tatsächlich immer noch da, ja Das gibt's doch nicht Ne, das stimmt nicht Ich war zwischen... Das stimmt zu B, ja Ich war zwischenseitlich bei B Nein Ich war schon wieder zurück Nein 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 Schon ist es wieder 2-2, ja Er könnte... Er könnte eine Abschlussserie haben Wir müssen ein bisschen aufpassen Ja Das halte ich für unmöglich Nuke habe ich diesmal Er ist unten Oh 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 oh, der ist oben Bein Alter, ich sehe gar nichts mehr Was ist das gewesen? Der hat genau getroffen Ich bin blind Ich bin blind Weiß Ah, er ist unten, er ist unten Gut Nein, nein, ich bin tot Nein, ich auch nicht Und der weiß, wo du bist Ich bin doch tot Verdammt Warte mal, warte mal Erst mal arbeite Nein, nein, hör auf Nein Tut so weh Wo ist der andere? Der ist irgendwo da oben Nein, nein, der ist weg Oh ja Nein Oh Und nochmal draufgebombt Und jetzt Defused Oh, meine Claymore hat er auch schon defused Ja, ja, die hat er abgeschossen Oh, herrlich Meine Runde Das ist jetzt so ein bisschen Angeberei Wenn sich das mal nicht recht, ja, Oli Nö, nö Wenn er jetzt nicht Abschussserien en masse hat Ja, wieso denn? Ich habe immer noch Eben, es waren ja auch nur zwei Kills Also es ist jetzt nicht so als Er kann ja nichts Seht ihr, YouTube-Gemeinde Das ist, damit muss ich Klarkommen Ey Ich sehe ihn noch nicht mal Bin tot Boah, sogar im Replay sehe ich nicht, wo er mich da erschießt Also im Replay habe ich mich nicht gesehen Jetzt gilt Wir alle zählen auf dich Ja, liebe YouTube Followers Wie ihr seht Gibt es noch jede Menge Luft nach oben bei uns Nein, nein Aber wir sind auch schon ein bisschen älter Leute Wir sind doch nicht alt Verlassen die Reflexe nach Älter Nicht alt Bieren wird weich Nein Ach, da kommt er Oh, ich habe die ganze Zeit geguckt Oh, das ist aber ärgerlich Ja, nicht genug Genau in der Sekunde, wo ich mir denke Oh, jetzt kann ich hingehen Oh, da wollte ich gerade zur A rüberlaufen Oh Hättest mich ja richtig nutzen können Wenn du dann einfach trotzdem da gelegt hättest, ja Das Ziel zerstören Toll Ja Aber so habe ich halt einfach die Runde geholt Genau Ja, aber es hätte ja auch nach hinten losgehen können Also ich bin ja extrem stark Alter, leck mich doch am Arsch Ich bin fast tot Dennis, was machst du denn hier? Lauf mir nicht immer vor die Flinte, ey Das Irgendwann wird sich das rächen Glaub mir Jetzt zählst Bring die Mission zu Ende Ja, irgendwann rächt sich das Glaub ihm Irgendwann schiebt die etwas Ach, ach Er ist oben auf dem Haus Da auf dem Balkon Bin ich nicht Bin ich gar nicht Verbindeter Luftschlag Ah, gib ihm Oder kommt was Fröki Gar nichts Ja, das habe ich auch irgendwie nicht richtig platziert Nein Oh, da habe ich über dich drüber gemessert, glaube ich Oh ja War nicht gemessert Doch, doch, doch Gerade in dem Moment so Da habe ich gemessert Das sage ich auch immer Ich habe gemessert Also liebe Zuschauer Wir werden alle älter Einer besonders Siehst du denn schon, dass er so rum Weil das denn ist Oder ist es der Olli Da er mich nicht trifft Sag ich mal, nö Ja, das darfst du mir schon wieder hinterher Das ist kein guter Plan Wir müssen verteidigen, Junge Korrekt Korrekt Danke für diese Bestätigung, Commander Korrekt, ihr müsst verteidigen, Junge Die Bombe wurde platziert Das ist doch nicht Echt wie unsichtbar der Olli manchmal, ja Ach, er sitzt da hinten bei dem Ja, du siehst ihn, genau Oh Dennis, wieso deckst du mich denn nicht Jawohl Ich wollte dich ja decken, aber Du warst ja schon tot Ja, dann lohnt sich's auch nicht Das ist richtig Na gut Ergab ich ein bisschen, dass ich meinen Tumper am Anfang verballert hab Ich wollte so schön in die Ecke rein tumpen, aber ich hatte ja nix mehr zum Tumpen Zum Tumpen Was hab ich das denn gemacht? Verbündete Predator-Akete im Anflug Na, war da einer? Ja, er ist oben hier im Gang Wie dumm von mir Oh, oh Gott, der ist drüben bei B Geh doch weg, geh doch Ich hab doch so ne schöne Claymore gelegt Oh, da explodiert was Das muss ich jetzt nachladen, ey Also ich muss sagen, ich Ja Ich brauch doch deutlich mehr Vorlauf und Übungen im Spiel jetzt erstmal wieder Ich schieße immer erstmal so einen Meter links und rechts vorbei Was sagst du? Du kannst es nicht? Ja Wenn ich da mal so Richtung Mitte ziele Dann muss ich erstmal nachladen Und zu Ende Wird beschossen Dann leg ihn um Ich bin schon tot Was? Was denn sowas? Ich bin schon tot Aber ich hab zumindest die Bombe noch gelegt Oh nein Oh nein Und ich weiß, was jetzt kommt Zeit für ne Claymore war ja nicht Ja, ne, komm, mach ich nicht Ja, die Claymore ist da noch irgendwo Pass auf Ja, guck ich mal Oder nix wie weg Da habt ihr euch geteilt Ach, na gut Interessante Taktik Bereit machen für die nächste Runde Naja Arschlich Achso Ja Bis dass der Tod uns scheitert also Dennis, geht jetzt schon dieser Kampf um die Bombe los? Ah Oh, 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 nein Nein Nein, nein Jawohl Das nennt man schon gut Oh, verdammt Ich bin Ranger Glaube ich noch durch Dennis Granate durch Durch deine durch, ja Ja, ich hätte die Granate nicht werfen sollen Aber dann dachte ich mir So schnell kommst du nicht Falsch gedacht Komm, ist das schnell Das musst du schon so manche Frau erfahren, ja Und der Dennis Dennis weiß halt, wo mein Hammer hängt Ich packe jetzt auch mal wieder den Hammer aus Du bist auf dich allein gestellt Nein, er ist hier hinten bei B Oh ja Hat wohl nicht gereicht, um die Bombe zu legen Ich dachte, er hätte den Dennis-Riecher, ja Aber Ja, das witzige ist, ich hatte die Bombe gar nicht Ich hab nur so getan, als würde ich es hier sehen Dann fühlst du mich dann auf A Das sah auch ziemlich realistisch aus Also du hast mich gerade ganz schön veräppelt Hab ich gut gemacht, ne Ja So, Dennis, wo bist denn du? Dennis, fall nicht drauf rein Er will dich in eine Falle locken Sag ihm nicht, dass du gerade kurz vor der Bombe bist Weil wir sind wo du bist Ja, ihr habt euch da bestimmt wieder aufgeteilt Ja, der geht schon nicht durch Ja, der Dennis schleicht sich durch alles durch Selbst durch Gebüsche Äh, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen Ah, Gebüsche Kann aber auch durch Swimmingpool Ja, durch Kisten, durch Häuser Ja Oder auf der Parkbank sitzen Ah, meine Reaktion Wo ist sie? Huh Das ist ein echter Camper, ja Der sich auf die Bank noch setzt Ja 1 zu 10 Ich hatte mal eine 1-0-Bilanz Und dann hat das Spiel angefangen, ne Ja Ja Der geht zu A 1 zu 1 zu Wieso sitzt ihr denn bei B rum Und da kommt keiner, oder was? Ja, dann würde ich das nicht sagen Aber ich hab dich gesehen Hm Ich glaub dir kein Wort Wo hast du ihn denn gesehen? Eben Bei A Natürlich hast du mich bei A gesehen, Volki Klar Liegt bei B Sehr gut, Dennis Ah, du bist tot Dennis, was machst du denn? Tot, ja Jetzt wird's aber eng Ist ja immer gut Oh Die Zeit wird knapp Ja, gib ihn, gib ihn, gib ihn Oh, Mann, das war eng Uh, das war knapp Gib ihn, gib ihn, gib ihn Ah, dann hat er sich gut hinter die Dinger positioniert Ich hätte nicht, wo ich mich hinter der Dinger verstecken könnte, außer dieser Mauer hinter mir Aber was soll die bringen? Wir haben die Bombe Ja, okay Das war jetzt schlecht Was, dann war's denn, wo hast du denn was? Nein, oder? Hat gesessen Gibt's da ein V-Play? Nee, ne? Doch, ich hab eins gesehen Oh, das würden wir gerne mal sehen Nee, schade Doch, was war das halt einfach mal geschossen oder was? Und ich hab aus der eigenen Base einfach mal geradeaus geschossen Mit dem Thumper Verbrauchst du nicht alle? Ja, das geht auch nur einmal Glaub ich auch Au, 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 er kommt durchs Fenster Ah, er kam oben durchs Fenster Ah Ja, aber jetzt ist er wahrscheinlich wieder runtergegangen Er hat sich zumindest zur Treppe gewandt Zu der Leiter Zu der Leiter habe ich mich gewandt Vielleicht kann wieder überall sein Das ist richtig Ei, 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 ei Er geht ins Haus Er geht ins Haus Das andere Haus Oh nein In das, wo dieser Balcorda vor ist, weißt du Da ist er gerade reingegangen Von unserer Base gesehen aus, sozusagen Wo ist der Dennis? Jetzt ist er wieder auf dem Weg zu A, schätze ich Ich hab ja hübsch, weil das ist rumgelaufen Die Bumbe wurde platziert Das ist die, die Hunde holst du uns Nee, die holst du nicht Du holst das Hinter dir, hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Oh. Hast du die Bombe gesucht? Nein. Bleibt hier oben drauf? Ja. Wie du siehst. Oh, wie gemein. Wie du siehst, hab ich sie gesucht. Da hätt ich ja abwarten können. Dann steht da noch so irgendein komisches, schwarzes Teil da auch, um das man erstmal für die Bombe hält, ne? Ja. Ja, also ich bin ja einmal drum herum gelaufen. Dennis war verblüfft. Oh. Oh, Dennis. Guck mal, da sitzt du. Wie bist du denn da so schnell hingekommen? Das ist meine Base. In der starte ich. Na, paar Meter musst du schon laufen. Ja, fünf Schritte bin ich nach vorne gelaufen. Das ist halt hier ganz fies. Also hier kannst du halt quer über die Base, äh, quer über die Map schießen. Aha, hallo. Na, Volki, was haben wir vor? Ja. Das war halt aber nix. Spannung. Heißt Bucket Challenge nominiert. Du? Bist du nominiert, Dennis? Ja, ja, ich bin nominiert. Von wem denn? Hi. Nein! Woher wusstest du das? Na ja. Ich hab mir überlegt, wo du langlaufen könntest. Hätte ich mich nur dahinter gelegt. Hab ich meine Claymore eigentlich reingelaufen? Nee, ne? Äh, nee. Ich wollte dich, ich hab dann, ich hab dich da griechen sehen. Da dachte ich, ich könnte eigentlich mit deiner Claymore dich töten. Aber das hab ich auch nicht hingekriegt. Ich bin weg, man. Zumindest weg. Ich konnte so schnell nicht, ich konnte so schnell nicht richtig schießen, irgendwie. Aber Blacksaving Machine, ich finde, oder? Ja, ich weiß. Boop. Ah, hat mich schon wieder echt. Ah, ich kann nicht weg. Ah, ich bin so kitschy. Ich kann nicht weg. Alter Schwede. Ja, ich krieg da noch und hab die Bombe in der Hand, ja, und kann nicht weg. Ah, ja, 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 ja. Die Dippen. Nein, oh, oh. Der andere auch. Ja, du kannst nicht weg. Ja, weil ich die Claymore zu früh gelegt hab und dann hast du dann so, oh, der Olli hat irgendeinen Harrier-Scheit. Ähm, jedenfalls, äh, ähm, ist jetzt, äh, das Ding, also zum einen liegen wir 11 zu 6 hinten. Ist gleich und, äh, das andere Ding ist, äh, dann hatte ich's halt danach wieder in der Hand und du kannst nicht laufen, nix, ja, du kannst nicht aufspringen und so und da wurde schon auf mich geschossen. Hm, du hast einfach Lange gebraucht. Dennis, ich hab ihn aber gesehen. Ich hab ihn aber gesehen. Ja, das ist der Tor. Ich, ich, ich musste leider gestehen, also, heute treff ich wirklich gar nichts, wie wieder kommt wird. Ja, ich meine, das ist jetzt eh, also die erste Runde ist für uns auch eh immer relativ, äh, schwierig. Er ist, äh, quasi im Gang. Er schießt immer noch auf mich, er will einfach nicht aufhören. Ach, shit. Ich schieße zurück. Oh, da war er nicht mehr. Ups. Verbündeter Luftschlag kommt. Ich war leider nicht mehr. Oh, nein! Jawoll! Da dachte ich, gegebenenfalls die letzte Runde, da mach ich nur noch schnell diesen komischen Harrier da weg. Jawoll. Ups, das war aber knapp, ey. Ah, da ist der Harrier. Ah, der hat, der hat auch nichts getroffen. Ich war gerade dabei, die Bombe zu legen. Ja, genau. Ja, ich lag da und hab, war, war. Amt. Na, das war aber knapp. Ja, da will er schießen. Ah, der zweite Thumper auch daneben. Nein, er hat mich. Oh, da wollte ich auch messern. Er ist oben im Haus. Oh, ja. Nein. Durchgerusht. Ich stand doch nur da. Ich hab gar nichts gemacht. Ah, verdammt. Ja. Ganz schön knapp. Nein, gut, also ein 7 zu 12 ist natürlich schon, äh, bitter. Ja. Ein 2 zu 15 auch. Aber das ist nämlich jetzt auch die erste Runde erst gewesen. Ich würde erst mal eine rauchen. Ja, ich würde auch nach dieser derben Niederlage auch erst mal eine rauchen. Und dann versuchen wir es gleich nochmal gegen ihn. Ja, ich glaube ich auch mal. Rauchen ist ungesund. Aber diesmal mit voller Power. Oh, weia.